Ich werde als Zimmermädchen in einem Ryokan arbeiten. Das sind ja wunderbare Nachrichten. Los Mädels, zack ich raus aus den Federn. Antreten, schwingen und wicken. Blinder Eifer schadet mehr als er nützt. Na hoppala. Hoppala? Irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Steck deine Nase nicht in Dinge, die dich nichts angehen. Esel! Hobiron! Deine Stimme ist so laut. Wohin sonst? Mit all meinen Gefühlen. Bleib bei mir. Tut mir leid. Ach, Kochan. Bringt mir ab sofort mehr bei, denn nur so schaffe ich es besser zu werden. Mach auf, dass ich dich vermöbeln kann. Dann nehm ich dich ebenso gefangen, alter Mann! Bitte. Oh, wie Taro! Mein ganzes Leben zerrennt mir zwischen den Fingern! Und was ist mit Minchi? Los jetzt! Klingt es nicht herrlich dramatisch, in einem Ryokan zu leben? Ich bin, wie Taro! Klingt es nicht herrlich. Ich bin, wie Taro! Tschüss! Wir sind?